Rechtsanwalt Leinen wird Fabrizio Colinia als Pflichtverteidiger beigeordnet. Haben Sie bei der Polizei schon ausgesagt? Wie lange sind Sie jetzt Rechtsanwalt? Seit knapp drei Monaten. Du hast einen großen Auftritt vor dir. Nichts übertreiben, meine ich. Immerhin hat der Hans-Meyer umgebracht. Was? Mattinger, ich pflege mich ganz gerne nach der Gegenseite, zu erkundigen. Ich bin in dieser Familie groß geworden. Hans-Meyer war sowas wie ein Vater für mich. Ich verteidige den Mörder von Hans. Du bist doch einer von uns. Du kannst so jemanden nicht verteidigen. Ich habe die Pflichtverteidigung angenommen. So einfach komme ich da nicht mehr raus. Ich würde Ihnen gerne ein Angebot machen. Bringen Sie Colini dazu, dass er gesteht. Herr Colini, warum sagen Sie mir nicht einfach, was passiert ist? Wussten Sie überhaupt, wer er war? Ich weiß, wer er war. Ihre neuen Erkenntnisse, Ihren Trumpf im Ärmel. Lassen Sie es, mein Junge. Sie haben Angst, dass ich die Rolle nicht einnehme, die Sie für mich vorgesehen haben? Ich bringe das morgen vor Gericht. Tu es nicht. Wollen Sie gleich in Ihrem ersten Prozess alle Regeln außer Kraft setzen? Hat er dir geraten, wieder was mit mir einzufangen? Es war damals eine andere Zeit. War es gerecht? Die Welt ist wichtig. War es gerecht? War es прямо Rangerinnen. War es searched und hier in einem schlechten Weg? War es gerecht? War es Scooby-ías, war es gerecht? War es gerecht? War es gecht? War es性?